Wer ist wo zuständig? Der Bund soll das nachher mal alles schön bezahlen, was die Länder sich überlegen. Und da müssen wir mal schauen, ob das so in dem Stil weitergehen kann. Was das Thema Fest der Firma und Weltquerung betrifft, ach, warten wir doch erstmal ab, ob die Dänen das überhaupt jemals bauen werden. Ich habe da so meine, mittlerweile meine großen Zweifel. Denn jetzt kommen sie richtig mal an das System ran, wo sie sich mal mit harten Fakten auseinandersetzen müssen. Nicht nur mit Wunschträumen, sondern jetzt haben sie Angebote auf dem Tisch vorliegen. Und da auf einmal schauen sie mal ganz erstaunt, wie die Preise sich da entwickeln. Und das sind jetzt nicht mehr nur politische Preise, sondern jetzt geht es richtig in Euro und Cent oder in Dänenkrone und Öre. So, jetzt haben sie was, wo sie ernsthaft überreden können.